hallo hier ist der martin von money monkeys dass die dachsanalyse für nun mittwoch den 20 1 2021 und der wahl der am montag aufgetaucht das hat eine schöne welle nach unten gejagt aber man sieht hier vom dax aus dem daumen nach oben hat sich gut gefangen ist sogar letztendlich in der erwarteten route geblieben und damit nicht ganz so kritisch das was hier am dienstag gelaufen ist wenn wir das mal uns angucken was wir gesagt hatten war der tenor dass ich mir sehr gut vorstellen könnte dass man hier einfach noch mal nach oben raus was stößt hat dass er noch mal ein aufwärtskäpp vielleicht auch bringt dass er gegebenenfalls sogar in die 14 30 in die 14 5 irgendwie da rein sticht um die leute noch mal auszustoppen um das rauszureißen was hier noch short drin hing das hat er gar nicht gebraucht das sind schon sehr 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 viele direkt zur eröffnung als das hat man auch bei uns im chat gesehen waren auch einige drin die noch vom vortag dann shorts mit offen hatten die haben auch gleich glatt gestellt damit hat er sein ziel vollkommen erreicht hat sich dort sein fresschen geholt longs auch rein gelockt also definitiv aber insbesondere eben auch viele shorts rausgeworfen das war sehr präsent gewesen also man hat wirklich von mehreren auch gesehen die dann einfach gesagt haben sie gehen jetzt hier erstmal aus dem short raus und dann gehen nach unten halt einfach rum weil er das geil findet weil er da bock drauf hat sagen wir gestern ein bisschen versucht zu eruieren wieso weshalb der dachster was tut was er tut letztendlich hatte das getan er sollte dann hier unten die longs auch wieder rausschmeißen bzw die leute die vielleicht hier zu zeitig dann reinhupfen vielleicht den ein oder anderen schon auch offshore drehen sich dann hier wieder stabilisieren aufdrehen und losrennen in den mittwoch letztendlich sind wir genau in der route drin außer dass man natürlich zum dienstagmorgen hier nicht ganz so ich sag mal so ganz so weit oben rausgekommen sind und passt so weit aber hat sich gut auf der 800 stabilisiert hat man auch im premium dienst an und in mails mit konkretisiert gab dass man dass das wichtig wäre dass es sich dort hält eben bei dort auch wieder so ein kleiner abc und so weiter das einfach gepasst hätte wenn er von dort dann wieder zügig nach oben ist stabilisiert über die 860 und so weiter um sich eben oben raus dann den platz zu schaffen so das hat er getan jetzt muss natürlich da auch mehr passieren muss jetzt wieder stück für stück das zurückgewinnen muss über die 860 wieder drüber und die 900 über die was ist das hier die 960 die 950 950 eigentlich auch halt ne 950 ist jetzt hier sehr markant schafft es da wieder drüber chancen würde ich ihm würde ich als gut einstufen hat er dann potenziale oben raus die er aufgreifen kann und das geht dann hier erst mal in den bereich um 14.005 14.005 14.005 14.0030 der wird sehr interessant da das das wird interessant das ist eine wichtige knautzone da hat er sich das letzte mal sehr gescheut ich kann mir vorstellen dass er da reagiert vielleicht auch deutlicher reagiert also 14.005 bis 14.30 guckt euch das ein bisschen an und alles was drüber geht wird dann richtung gibt close gehen das denke ich schon und er würde wahrscheinlich auch durchsteigen also da würde nicht so lange rumbeißen das kann auch sein dass er sich dazu ganz langsam und träge drüber drückt das vielleicht auch gar nicht am mittwoch macht sondern erst am donnerstag sich erst mal zum mittwoch nur vorlegt vielleicht eben in dem bereich um 14.005 14.005 das würde gut passen was auf der oberseite sollte unten rumfuchteln und insbesondere unter der 13.800 abtauchen würde ich zum mittwoch vorsichtig sein also mal kurz früh drunter tippen um mir vielleicht noch ein paar stops weg zu rupfen vom vortag das wäre ja legitim aber ich sag mal so alles was dann auch so stundenschluss drunter geht es wäre es wäre nicht gut das wird ein schwaches bild verkörpern und das kann er sich momentan nicht so leisten halt und dann könnte es sein dass der gute klar dann deutlicher wieder runtergetreten wird und mit deutscher runtertreten würde ich dann eher so in dem bereich um 13 56 erwarten vielleicht sogar die 570 also dass er deutlicher drunter getreten wird wir sehen hier so ein kleines cluster um die 7 12 7 15 da darf man etwas aufmerksamer werden sollte dort also von dort noch mal auf kann er kann er gut und gerne auch noch mal einen kleinen zwischensprint richtung 13.800 ziehen also so eine 7 15 die darf man sich mal mit auf dem zettel schreiben so als der überraschungsmarker sicherlich was für diejenigen die vielleicht auch short kaufen also die short short sich aufstellen für den mittwoch insbesondere unter 13.800 wäre das ein guter punkt um vielleicht einen teilverkauf zu machen halt also da würde ich ein bisschen aufpassen und ansonsten so 670 650 wäre mein ziel darunter 570 und wenn der dax eben unter der 800 wieder weg bricht aber so wie das jetzt steht ich schaue das gar nicht so schlecht aus daumen nach oben ist erstmal da weil blieb so weit in der erwartung hat sich gut stabilisiert klasse und am vortag ist schluss aber wir müssen auch mal sehen was wir hatten wir hatten hier einen verfall einen feiertags montag drin mit geringen umsätzen das hätte den auch komplett um kippen können halt ne haltet euch das vor augen und wenn wir das mal gegenüberlegen klar hat ein bisschen die übertreibung rausgenommen über das gäbe das da reinkam aber hat es nicht umgekippt hat hat schon versucht es zu halten was er hier zum donnerstag erreicht hat zum montag erreicht hat was zum montag erreicht hat hat er zum dienstag versuch zu verteidigen und das ist ihm gewissermaßen auch gelungen also wenn wir noch gucken wo wir zum freitag rausgegangen sind steht er so deutlich besser da ja und ich könnte mir vorstellen dass da jetzt auch wieder ein bisschen zuversicht dann zum mittwoch ein kommt ich glaube hier war auch viel unsicherheit am vormittag drin wie gehen denn die amerikaner damit um drücken die uns jetzt wieder zurück hauen die das wieder alles bis hier runter das ist ja nicht eingedreht teilt die die stehen eigentlich ganz gut sogar da also von daher würde ich persönlich jetzt hier oben die chance sehen aber werden wir sehen werden schon in der öffnung merken halten wenn sie in der unter 13.800 reinkommen also da sollte sollten bei jedem paar glocken klingeln dass das dann nicht mehr darauf passt wenn wir sagen das sieht alles gut aus der kann da oben halten wir müssen schon jetzt auch ein kleines aufwärtskipp kommen oder er öffnet relativ unverändert und drückt sich dann schön 8 uhr 9 uhr nach oben das wird hier gut passen und wenn er das nicht macht dann macht er das nicht halt dann 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 lassen und machen halt was er machen will bringt nicht sich dagegen zu stellen gut freunde mehr kann ich euch nicht sagen sag ich auch brauche nicht gucken so unwichtig die kerze da jetzt so alleinstehend aus nichts mehr habe ich nicht ich wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss das ist gedâte 19 19 20 my mit Vielen Dank.